Urdhva Upavishta Konasana ist die aufgerichtete sitzende Winkelstellung. Kona heißt Winkel, Asana Stellung, Urdhva heißt oben, Upavishta sitzend. Es gibt mehrere Stellungen, die Urdhva Upavishta Konasana heißen. Auf dem Gesäß sitzend, Beine nach oben geben und auseinander und die Arme vor den Beinen zur Seite. Zweite Möglichkeit und die ist etwas anstrengender. Du gibst die Hände vor dem Becken auf den Boden, du hebst das Becken hoch und die Beine hoch. Urdhva Upavishta Konasana, die nach oben gerichtete sitzende Winkelstellung, vorgeführt von Nilakanta von Yoga Vidya Berlin. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir, teile die Sendung mit anderen. Dieses Video ist Teil des großen Yoga Vidya Asana Lexikons. Über 4000 Einträge zu den verschiedensten Yoga Stellungen mit ihren verschiedenen Variationen und unterschiedlichen Bezeichnungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.